Echt jetzt, ein Swain? Und jetzt hätte ich gefickt auch da den. Na geil, danke Bro. Danke Bro, danke. Ich werde so Schwanz kriegen. Ja, ja, like Ari, so ist das Leben. Ich bin komplett... Leute, das Game ist over für mich. Warum hat er mich nicht für ihn picken lassen? Ich hätte Shen nehmen sollen. Ich glaube, Shen wäre besser, sogar ein bisschen fürs Team. Wieso wird Ari so oft gespielt? Ari ist wie Lucian damals. Ist gut in allem, aber meistens nichts. Ich hätte wahrscheinlich 18.012 skilln sollen. Ich müsste das Game over, weil ich in einem super... Die Matchups sind einfach schlecht. Also für mich zumindest. Wahrscheinlich werde ich rein inten. Toll, jetzt sind meine Eltern da. Ich habe aber jetzt Pizza bestellt. Feels Batman. Jetzt würde ich bestimmt gleich auch noch was haben. Morello Rush auf Kale, nein. Ich habe wahrscheinlich Stinger und Woods End gehen. Oder vielleicht sogar Woods End First Item. Ja, das neue Färber war es nicht gut auf Kale. Also, David, Sonic, der ist irgendwie Top 20, Top 30 Challenger in die EU. Und Kale One Trick spielt immer mit Storm Raiders. Was macht ihr? Haben sie in die Ecke auf den Gang? Warum bist du immer noch hässlich? Ja, stimmt. Warum sollte Swain Lane Pressure haben, my boy? Please gank Swain Pre-6. I'm gigafucked. Nein, Quatsch. Der seltene Skin ist Black Alistar. Ah, das ist ein Game-for-Gunblade-Bild. Nein, wir können doch auf das Lied. Nein. An der rechten Hand, das ist so ein... Für, 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 fürs Handgelenk. Damit es weniger wehtut beim Daddeln und so. Das ist super angenehm. Und es hält doch die Hand warm. Damit ich... Nein, 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 nein. Black Alistar ist der seltenste Skin in ganz Leak. Ich glaube nicht, dass Pax hier seltener ist. Ich meine... Voll viele Leute waren auf der Pax. Ja. Das war auch nachdem League Released worden ist, glaube ich. Aber wie viele Leute kaufen sich an die Collectors Edition von einem Game, das Free-to-Play ist? Nein, ich spiele nicht auf Renga. Es ist wieder so fast gepärmert und macht mir keinen Spaß. Ich habe dafür, glaube ich, 20 Euro ausgegeben. Ich habe mit Amazon Prime. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, die E war schlecht von mir. Krabbe erfolgreich denied. Oh, die E war schlecht von mir. Ich hab mir nochmal einen weiteren Punkt in den E reingesteckt. Ähm... Ich outziehe es hier noch gerade ziemlich gut. Damit ich einfach nur schnell auspushen kann. Äh, ich weiß eh, dass Kha'Zix nicht hier oben ist. Deswegen kann ich hier für so ein Greedy-TP gehen. Es ist in dem Fall Greedy. Ich kann damit gleich jetzt mehr Pressure aufbauen. Ähm... Und ihn gleichzeitig denyen. Weil er waste jetzt gerade sein ganzes Mana. Um zu Last-Hitten. Ähm... Wodurch er mich jetzt nicht pressern kann. Und ich weiß jetzt, was er nicht geschaut. Guck mal, ich bin gerade 13 CS ahead. Weil ich hier konstant einpuche. Und ich umgehe damit auch diese Anfangsscheiß-Phase gegen Swain. So, pass auf. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er selbst Recon wird. Und tu es jetzt selbst. Die Wave-Bounce ist auch gerade nochmal in meine Richtung. Das ist perfekt. Kha' war tot? Echt? Ah, geil. Der war sogar tot. Man hört da eine Taste, wenn du Auto-Tagst. Ja, das kann sein. So. Jetzt... Äh, okay. Wollte ich gerade sagen. Jetzt freeze ich das hier. Meine Leute, das ist jetzt super perfekt für mich. Weil jetzt forse ich ihn gleich zu TP'n. Und danke Anonymous für die Donation. Kannst du gerade nicht vorlesen. Und hab dann gleich eine TP'n. Okay, ich kann eigentlich nicht mehr dazu forsen. Scheiße. Weil die Minis in die Tower reingelaufen sind. Da wollte ich einmal schlau wirken in meinem ganzen Leben. Und es passiert nicht. Scheiße, ich finde noch ein bisschen Gold. Das Exhaust war ein bisschen spät. Oh, pass auf, Bruder. Nein! Rip. Ich erinnere mich noch an das Video mit... ...der Nicht-Schwester, whatever. Die Rip-Kommens-Gedrück hat. Ja, das war doch meine Schwester. Ich glaube, ich muss die Pink-Word hier gleich verschieben. Und dann geht er in den River. Okay, ab jetzt kann er mich sehr hart bullien. So, pass auf. Die Pink im River verschiebe ich jetzt wahrscheinlich. Ja, die verschiebe ich. Weil ich kann die hier jetzt nicht mehr contesten. Das heißt, ich Pink-Word jetzt für meine Midlane. Ich kann ja gar keine Pink-Word mehr contesten. Hashtag Team-Spieler. Nur. Nur. Den habe ich gecancelt, damit ich den Coulomb wieder bekomme. Warum mache ich Frame Drops? Hallo? Ja, Swayne Spot. Executioners? Nein. Das würde meinen kompletten Build zerstören. Zudem habe ich einen Six und einen TF, die wahrscheinlich auch bei dir drauf gehen werden. Okay, das ist mein Nashos. Perfekt. Und die... Oh, Leute, das war komplett worse, weil die Tau jetzt nicht mehr kriegen. Nee, ich hatte keine Zeit, um zum Rapper hinzugehen. Ich hatte vor, die Wave auszupuschen und danach zum Rapper hinzugehen. Ging aber nicht, weil Ivan bereits oben war. Essen die auch? Dann bei F. mich nicht zufrieden. S. Mark, kannst du was auf den Tellerschneidung bringen? Ja, dann... Ja, dann bring mir bitte. TF-Full-E nicht, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass das Donnerbord. Weißt du es nicht. Ich bin jetzt nicht so der TF-Main. Aber Six würde es sich auf jeden Fall holen. Einen Moment. Out-skilled, Bruder. So, was ist? Ich packe es auf den Teller. Ja, das spielt zu viel. Dann leg da irgendwo hin. Ich hoffe, alles zeigt sein. Varus, no Soms. Danke, Storm Raiders. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Die Tau kriege ich eh nicht. Bzw. snack ich mit dem Lou. Loll, jetzt flamen sich alle. Nein, hört auf euch zu flamen. Ich bin kein Kurde. Alles, bitte. Ich bin kein Kurde. Loll, nice. Was macht Kerl's Passive? Mit jedem Auto-Effekt, den ich auf den Gegner drauf mache, reduziere seine Amo und magiere so um 3%. Loll. Ich brauche meinen Revolver. Ich brauche meinen Revolver. Ab Revolver ist dieses Cable ziemlich stark. War es 1050? Ja, okay, war 1050 Gold. Weil jetzt kann ich meinen Storm Raiders Instant Proc mit einfach Q-E-Auto-Tag. Ne? Q-E-Auto-Tag, ne? Ich brauche meinen Revolver. Ja, I want to know you. Tell me the secrets in your heart. I want to know you. Ja, I want to know you. Kann ich etwas Gangplägen? Ich weiß es nicht. Boah, das Lied ist so chillig. Ich weiß es nicht. Boah, das Lied ist leicht ausاد wise. Ich brauche mich daran, zu sagen. Ja, ich wollte dich wissen. Ich brauche meinen Revolver. Oh Leute, was macht die da? Hä? Make Picks with TF! Die sollen picken und nicht teamfighten. Wo? Oh Gott! Don't group Wir sind halt ein Pick-Team, so Ich weiß nicht Oh, das ist scheiße für mich Du dummes Stück Scheiße, ey Okay, geil TF kommt ja Oh, ich bin tot Das ist halt was? Holy shit, man Legit null Damage Okay, das war nicht so nice Ne, ich muss recoil Ob ich mir den hier vorne über den Tower nicht mitgehen lassen kann Oh ja, das war Swain's Outplay-Button Egal, ich grue gleich selber Krieg meine Scheiße zusammen Ich meine, wir hätten hier nicht drei Kills in den Swain reingefiedelt Okay Be strong Ich brauche trotzdem noch Magieresä Die haben sehr viel Magic Damage Oh, scheiße, was ist das für eine Pizza? Die bricht halt zusammen Ja, ich weiß nicht, wie ich die ganze車 Ich glaube, es ist das für eine Pizza Ich brauche das für eine Pizza Und dann gleich www.shain's-Outplay-Modelskirchern Und dann oder von derp-i-Clip-Modelskirchern Und dann haben wir das für eine Pizza Mmh. Okay. Holy shit, man. Das deckt nur immer. Okay, ja, 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 ja. Okay, er hat gleich kein Mana mehr Guck mal, so killt ihr Swain Ihr müsst ihn nur ummachen Okay, er war es eigentlich wirklich Mmh, well Mir fällt erst jetzt auf, wir sind ein Full AP Team Okay, der wird ja auch schon Okay, der wird ja auch schon Okay, der wird ja auch schon Danke für 2 Monate. Ich mache gerade einen Fehler. Ich hätte mir zuerst Voice-Off kaufen sollen. Wäre viel besser gewesen, wenn ich mir die Voice-Off zuerst gekauft hätte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bereue gar nichts. Ah, ich bereue echt nichts. Ah, ich bereue gar nichts. Scheiße, ich bereue es. Wir haben, äh, 2 für 2 getradet. Ich hätte Flash nicht so perfekt auf unseren Scheiß-Wayne, äh... Scheiß-Fool-AP-Damage-Team. Ja, doch nicht. Das Lied schnau ich nicht aus. Straight-up Voice-Off. Ich hasse es beim Zocken zu essen, Mann. Aber manchmal muss es echt sein. Ja, ich habe es nicht aus. Ja, ich habe es nicht aus. Ja, ich habe es nicht aus. Ich habe es nicht aus. Was zum Freak? Was zum Freak? Sorry Leute, aber ich muss noch fressen. Achso, ich habe mich wahrscheinlich rangezogen an die Ari, weil ich meine E nicht anhatte. Deswegen war ich dadurch im Midi. Okay. Eigentlich stimmt, da hat jemand gesuppt, oder? Wer war denn das? Hard in Helm? Hard in Helm? Hat der die schon? Ne, zwei Monate? War Hard in Helm nicht schon vorher? Achso, stimmt. Ist ja ein Resub-Club, ne? Leute. Danke Hard in Helm, Mann. Danke für den Resub-Club. Sorry, Mann. Ich war gerade am Fressen und am Tilten. Ich habe nicht mehr so viel Mana. Gute Manieren. Werde bei mir großgeschrieben. Moment mal, wo ist das? Da ist das. Oh, lol. At this moment, I knew I fucked up. Oh, Jackie, ich lebe! Ich lebe nicht. All me. Ey, was macht die Ari auch genau dahinter? Lol. Okay, jetzt haben wir auch geprockt. Ist fine. Ich wollte sterben, damit ich mein letztes Stück essen kann. Habe ich mir doch das nicht spielen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Okay. Okay. Ey, das erstirbt auch noch. Hä? Hä? Ey, war niemand safe. Okay, ist das scheißegal. So Leute, fertig mit Pizza. Ne, es war ne Toronto. Tuwisch mit Honig-Sens-Lustem. Richtig geil. Er will mir sagen, dass der Car sich den nicht umbringen kann. Insane, Arcade Player. Insane, young, talented, God-blessed, Arcade Player. Okay, Leute, wir müssen ihn nur noch mal wieder ummachen. GG, Leute. Einfach, du gehst rein. Ja? Du machst die... Und erstirbt. Easiest Game of my life. Was ist der Scheiß? LP is done. Good luck in eSports. Easy.